Was war denn das? Fenster Ja du haust auf die Dicht Jawohl jetzt geht sie los Jetzt wird hier weggebellert Erstmal den Timo weghauen Da ist ja easy snack wrap man Keine challenge Na gut Na gut Und damit willkommen zu einem neuen Metronomen Battle Hey Hallo Leute Wir haben heute einen nicen Kampf für euch Mark gegen Adrian Team Aqua Gegen Team Magma Wobei wir zwei Pokémon halt gleich haben Weil die beiden langweiler sind Aber sonst ist halt Gen 3 die beste Gen Deswegen ja Ja genau und wir nehmen die Oras Teams Also mit Megatride und Megakamut Also vom Außen her bin eigentlich ich eher Adrian Und du Mark Ja Mark hat halt ne Brille Aber ich hab dunkle Haare Eigentlich bin Ja wobei das auch dunkle Haare Aber ich hab dunkle Haare Ja aber ich bin muskulöser Nein geh mal da raus Alter Allein wegen der Farbe Ja weil Mark schwarz ist Nein ist er nicht Aber Present Mark hat kein Afro so wie du Hä nur jetzt Adrian Adrian ist der Sag ich doch Adrian hat kein Afro so wie du Ich hab kein Afro Was erzählst du da? Man darf Ja die Leute denken hier falsche Sachen über mich man Was heißt falsche Sachen über mich aber Also Present Adrian hat nicht den Afro den du hast Ja Aber rein vom Verhalten bist du auch Mark Mark ist so der Ja mehr so der Der klügere Gymnacht so Und Adrian so Jawoll Wuhu So weißt du Der ist der Abenteurer Ja Ja aber ich mag halt Zaphir mehr als Rubin und deswegen ist er halt kredisch kredisch So Zaphir ist Oh Okay Wow Also bei mir kann man Alter du spielst Bedroher Present come on Also Bedroher ist Bedroher sag ich immer Come on Ja das war ein kleiner Fehler Ich hab äh Dings Ich hab beim Krassen Züchten Und mich immer als Oh du bist ja so ein Tryharder Ich hab einen kleinen Fehler gemacht der sollte nicht Bedroher haben Passiert mir auch manchmal und dann Weinst du auch um Ja aber mir ist jetzt einmal passiert So bei dir passiert das halt gefühlt 3000 mal Schaut bei Timo vorbei Leute Da gab es auch ein Metronomen Battle Da hat Timo vielleicht auch einen Fehler gemacht Zedorkan Jawoll Ja Alter Zedorkan ist richtig nice man Ja ich bin halt seine beiden Pokémon weg First turn Und dann ist Bedroher sowieso egal Weißt du Jawoll Timo braucht jetzt Zedorkan Ja ist okay Hey warte Was denn Hey was denn Achso ich hab ja auch mal Nein ich dachte ich hätte den auf Smogmog Und dann dachte ich Hä warum ist es mal auch schneller als Smogmog Okay Wir sind ja auch im Speedtar Weil es halt ganz XD ist Zedlager Oh Oh ist natürlich jetzt ganz doof Dass du einen Minusangriff hast Alter Oh nee Aber ich bin Minus 50 KP Ist das dann nicht irgendwie stärker? Also sobald wir uns sind Es ist ein Z-Move Timo Das hat nichts mit Lage zu tun Das ist so ein No-Kopf Ah das machen wir schneller als Slimehawk Saftig Jetzt könnt ihr mal einen Steinwurf Ja guck mal Hätte ich jetzt keinen Bedroher Wärst du tot Ja na klar Er ist 5 KP mehr gemacht oder so Kameradschaft Kameradschaft Du Kameradenschwein Present Alter Da kannst du nicht sowas sagen Dropped er jetzt auch noch Alter jetzt Bruder Der ist halt wie das sei Ich wechsle den gleich raus Alter Alter Da kannst du nicht sowas sagen Ja schon verdient Ja verdient Ja wechsle raus Ist okay Ich gönne dir das Ja siehst du Klingsturm Ah kritisch Ich weiß nicht ob das so gut ist Je nachdem Aber es ist speziell ne Klingsturm oder? Ja ich glaube schon Okay Toxin Oh oh nice Warte Okay ich dachte gerade Ich spielst du Rasant Dann ist mir aufgefallen Das hier Scheiß Da bist du bedroht Kannst du nicht sowas sagen Timo Doch gar nicht Ist besser als Wenn ich Rasant spielen würde Nö Ja doch Dann wäre ich jetzt schneller Wärst du im Junge Du wärst jetzt tot Ja Der stirbt Aber ich glaube der stirbt erst Nächste Runde kann das sein Ne Er stirbt durch das Toxin jetzt Safe Sicher Das ist mein Kapit Flora Flora Schutz Ja egal Ich glaube noch Safe Call Ja okay Immerhin Also der Angriffsjob war natürlich Richtig doof Ja ist er auch immer noch Ja aber Ne Bis dahin hat er überhaupt nicht gemattert Egal Der Steinwurf Ja weil ich bin auch so oder so gestorben Hat keinen Unterschied gemacht Ja ja Wir werden ja noch sehen Ja ja Okay Ich habe ja jetzt X-Bad auf dem Feld Und der ist halt das schnellste Mod Was halt sick ist Der ist richtig fast Das ist aber auch noch ein Oh Pferdstärke gegen Magnilien bitte Genau Flora-Kur bekommen Siehst du Ganz geil Magnilien ist weg Das hat nicht auf dem gemattert Der Angus drop Doch Jetzt hat Ne Wann denn Sonst hattest du den Stand War nicht gewiss Ach geh doch nach Hause Ja was denn Ja Bisschen Bisschen Fiesling Weiß doch gar nicht was der letzte Name ist Ja doch weiß ich Sag ich nicht Weil dann sagst du Bitterkuss saftig Ich war sogar schneller als du Bitterkuss ist tatsächlich unnötig Ich weiß nicht ob Todeskuss sogar cooler gewesen wäre Jetzt beschwerte ich doch jetzt mal nicht Alter Schwierig Ja gegen beide wäre es egal weil es Eine Bodenattacke ist Nein Hornbohrer ist doch eine normale Attacke oder nicht Ne Hornbohrer ist eine Bodenattacke Stoßflug siehst du der wäre jetzt plus 1 present Plus 1 Sieht so ein Toppen aus mit dem Junge der hat so viel damage gemacht Alter holy shit Der hat einfach 15kp oder so mehr nur gemacht Okay Hornbohrer ist normal Ich bin doof Ist okay Ich weiß ich bin ja auch Schlag Ach Schlagbohrer war es Ja na klar Hornbohrer ist die K.O.A.Tacke Ja Schlagbohrer Ach ja Schlagbohrer Feuersäulen Let's go Wie sagst du die X-Partal Jetzt reif dich da mal selber an Mann das muss sich hier doch auch lohnen Fuck So 1 Jetzt gönnt ihr eine nice Psychoattacke Käfertrunz Oh nein Gegen beide Ach ja Käfertrunz Stimmt Oh nein Käfertrunz Vierfach resisted Ne ich hab gerade an Plage gedacht Ja Plage wäre auch okay gewesen Aber du hast mir einen Spezialangriff auf beiden gedroppt Das ist halt auch nicht geil Der wäre jetzt plus 1 alter Der wäre plus 1 alter 10kp mehr Ja da kannst du jemanden 10kp sagen Alter auf plus 1 Wenn du auf plus 1 10kp machen würdest Dann wäre das ziemlich traurig Eine aktuelle Verwirrung Mann Ja aber der ICB hat jetzt so schon nicht viel Schaden gemacht So deswegen 10kp kommt hier kommt Tim Nein Ja doch Wiemals Jetzt greif ich da mal selber an Das muss sich lohnen Der kann doch die ganze Zeit durchkommen Alter Zeh mir nix Ja doch Kann er ja Kann er ja Weil er krass ist Elektronetz Oh ging X Ach Mann Elektronetz überhaupt ne Attacke Oh ja Ja natürlich Hast du auch ich bald getroffen Hast du auch ich bald getroffen Ja ist ja alles okay Hä warte wieso habe ich Dinge Ist Elektronetz Warte mal kurz Was denn Okay es hat ne 95%ige Genauigkeit Okay interessant Na ja hast du nur Smokmok nicht getroffen Naja Kreisig Junge Wer wäre jetzt bloß 1 Ja Das rechnet mich halt alles zusammen Alter Ja doch hättest du mir nicht gekehlt So Giftstachel Junge Hier sind nur Giftpokémon Alter Giftstachel ist einfach der Waste to move von allen Wie viel Kp hat es gemacht Einen vielleicht Ja ich hab keine Ahnung So blöd Mann Aber Ja toll Ja war ne nice Verwirrung Alter Richtig saftig Hat dir hinweg gelohnt ne Luftschild Oh stab Böller irgendwas weg Mann Smokmok 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 Flinch 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 Okay jetzt bist du erstmal mit X-Bar dran Okay X-Bar drücken Oh Das ist stark Das geht aber erst ab der nächsten Runde Das ist ja egal Ja okay jetzt bitte flinch Okay nice Jetzt Ich wollte keine Explosion sagen Keine Explosion Keine Explosion Schärfer ja Der wäre jetzt plus 2 Alter Der wäre jetzt plus 2 Als ob der nochmal schärfer bekommt Ja jubi Der sieht es gar nicht ein Dass du Bedroherspielst Alter Das war man Polenknödel Ja das ist auch Danke Das ist bad Mann Das ist alles schlecht Okay ich hab legit nicht gesehen Dass sich der KP Balken bewegt hat For real Ich hab's gesehen Ich hab's gesehen For real Das war echt wenig Oh man echt Okay Jetzt bist du halt schneller Das ist halt super doof Ich glaube Ich glaube du wärst nicht schneller Wenn ich dir den Job reingegeben hätte Mit der Man Die 2 10 KP Alter Die 2 10 Man jetzt zaufe dich zu beschweren Nein Jetzt geh den Die sagst du nicht gewinn Folien ne Ich gewinn Folien Also ich beschwerbe mich die ganze Zeit Was jetzt Prinzess Was Nein Warte Das war kein Fuß Ich hasse dich so sehr Alter Eich um Und jetzt kommt die Eiche Junge Ich hab noch krass Rückmitte Eich So Böller X-Bart weg Na gar nichts macht das Ich krieg die Krüße Sei doch leise Timo Sei doch leise So Wir würden die totale Zerstörung verhindern Jake Oh Mann Wieso bist du so bad Slime Du hast echt gar nichts In diesen Metronomen Bälle gemacht Die X-Bart ist glaube ich Immer noch schneller Als Die sind wieder im Speedtie Mittlerweile Ich bin Minus 2 Und drücken bin noch Plus 2 Jaja Karate Schlag auf Slimehawk Slimehawk Jawoll Mit nem fucking Karate Im Critter Und auch Bamm Jungen Ins Gesicht Alter Ins Gesicht So Jetzt du bist auf Plus Ich weiß schon gar nicht So Heilopfer Beschwörung Er ist auf Plus 1 Ich kann nicht mehr gecrittet werden Ja ist egal Ich böller jetzt beide weg Nein Okay Jetzt bitte mach irgendwas Gutes Slimehawk Du hast bisher gar nichts Gutes In den Metronomen Bälle Meteorologe Ja Was? Okay aber Auf Heide wäre es Der wäre fast tot Alter No joke Das wäre schon Schaden gewesen Natürlich nicht auf Slimehawk Ah ok Nice Junge Das ist so bad gerade Irgendwas physisches Umwandlung 2 Ja was macht das? Was macht nochmal umwandlung Jungen wir vergessen immer was Ja gestein Alter Warte was war das? Der letzte Move den er eingestellt? Ja irgendwie sowas Ist ja auch egal Slimehawk Fun Junge kannst du aufhören Die ganze Zeit meine Indie zu droppen Halt for real Aber das ist halt jetzt nicht mehr meddernd Weil Rückenwind ist jetzt sowieso vorbei Ja aber Trotzdem Junge Die sind so Warte X-Bard ist auf Minus 3 Minus 4 Das ist halt so Eisturm Elektronetz Und Fahdenschuss Ah Fahdenschuss macht Minus 2 Das ist das langsamste X-Bard Das ich je in meinem Leben gesehen habe glaube ich Aber Slimehawk ist jetzt auch schneller Okay Metallklaue Gönn dir den Boost 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 Kein Boost Nein Das wäre ja komplette Zähne Okay der ist echt schneller als X-Bard So besiegst Slimehawk Slimehawk ist schneller als X-Bard Blut Slimehawk Slimehawk Ja ok Detekt Burn Kein Burn Ok Jawohl Wieso hast du so viel Lack alter Puller Puller Ja ich hab richtig viel Lack oder Ich hab richtig gedreht Geh doch weg alter Slimehawk Ui Nein Ok Bin ich schneller Ich weiß es nicht Junge ich würde es verstehen wenn ich nie schneller wäre Ne 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 ich glaube X-Bard ist schneller Aber Smogmog wäre ich Ja doch Smogmog ist auch schneller Smogmog ist nur Minus 3 Ok Rubin Jetzt böllert beide mit Nehm Steinhagel weg Let's go Ne 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 Klairsmog Oh Gott K Smogmog Smogmog Warte Oh mein Gott Du gibst mir meine Minus wieder Nein Du gibst mir meine Minus wieder Das ist so dumm Alter Nice 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 Alright Kill was Kill was Kreuzschlamme Auf Slimehawk bitte Kritisch 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 Ja schön 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 Perfekt Damage Einfach Damage Jungs Slimehawk ist so ätzend Alter Aber Smogmog Jungs der ist immer nur schnell Smogmog Feuerschlag Ok irgendwas stirbt Irgendwas stirbt Ok 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 Jungs der geht immer genau auf die Wo ich es halt will Ja das ist richtig dumm Du bist so ein Lacker heute Ok Jetzt kommt die Geheimat Alter Das ist halt das Problem Prestig ist eigentlich Markt LOL Jetzt geht's hier los Okay Ich hatte auch noch ein M Auf der Auf der Auf der Stirn Das ist einfach Martin Boo Also meine einzige Hoffnung Ist jetzt gerade Dass ich richtig reinlacke Und du sowas wie Heilopfer bekommst Ne Du brauchst einfach Surfer Mit Rubin Uh das stimmt Das wäre echt sick Schlamm Bombe Bitte auf Slimehawk Ist eine Bohnenattacke oder Ah stimmt Ja dann nicht auf Slimehawk Ja das wäre auf Slimehawk Ganz geil gewesen Ich hätte es sagen müssen Verdammt Draco Bitte auf Kameru Ah nein Der stirbt oder Ja der stirbt Safe Das ist ein 2, 3 KB Oh mein Gott Was Fokus Mann Fokus Mann Was Ich hatte es nicht so Ich hatte es nicht so Jetzt geht es hier Los Fokus Mann So an irgendeines Item Wer spielt denn das Ja jetzt geht es hier los Alter Leute Feuer Was Junge Der ist tot Der ist 5 mal tot Das ist Live Orb Ruhrgewalt Stell Wisst ihr Der Live Orb Ruhrgewalt Mega Kamerum Du mit deinem Bedroher Jetzt geht es hier los Alter That's what I'm talking about Er darf sich gar nicht Wegen des Bedrohers Beschwerden Jetzt mal ganz ehrlich Nee Kannst du gar nicht Kannst du gar nicht Doch Nee Nee Giblette Oh nee Surfer 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 Komm schon Wobei ich mach jetzt nicht so viel Schaden Weil Eisdiebär Böller X-Ball erstmal weg Freeze Freeze Alter Jetzt bitte geh auf irgendwas Schlechtes Flora Komm schon Komm schon Oh mein Gott Oh mein Gott Der ist tot Der ist so groß und tot Junge Christian Von den blauen Bergen kommen wir Bedroher ist ja richtig unfair Das ist auch H�e H�e Ich bin Ich bin Drei Drei Es hat